Wir haben Post bekommen, von Cybex, ein niegelnagelneuer Koya, den packen wir mit euch jetzt das allererste Mal aus. Mal, Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Und dann, zeig mal. Es geht ein bisschen auf. Erst die Klappe aufreißen und dann nämlich hängen bleiben. Eigentlich sollte es um 15 Sekunden real werden, wir machen jetzt noch eine tagesfüllende Doku draus. Ah, da, bist du hier die? Bist du hier? Ah, eine Transportsicherung. Na gut, ich glaube, das übe ich noch ein, zwei Mal, bis es nett aussieht. Luftpasse. Und dann, nehmt man es hier hoch. Und Handtaschengröße. Manchmal hilft es doch die Anleitung zu lesen. Und aufklappen ist, wenn man weiß wie, auch super simpel. Einmal in diesen Freieckstand. Zack. Zack. Das sieht aus wie der Priam im Kleinen. Der ist so hier ein bisschen größer. Nehne. Guck mal, geht eigentlich gerade zu liegen. Fußstütze hat das ein bisschen integriert hier. Gurtschluss ist eigentlich auch wie beim Priam im Kleinen mit One-Pull-Harness. Dass man es mit einer Handschuh verstellen kann. Und sogar die Gurte sind in einem leichten Grünton. Ist ja eigentlich ganz niedlich. Kompaktes Paket, quasi der Jules R für Priam-Fahrer. Jetzt ist es cool, wenn man weiß wie es geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.